exoder blog echte gerichtsurteile ich bin anita farke und freue mich spannende urteile aus dem leben zu präsentieren entscheidung in rechtssache vzr 266 23 vom 1104 2024 kostenfreie überlassung nur zur nicht gewerblichen nutzung die auswirkungen des urteils vz 2623 eine analyse das urteil vzr 266 23 verkündet am 11 ab 24 hat die rechtslandschaft in deutschland umgekrempelt der bundesgerichtshof bgh hat in einem beispiellosen fall einer klägerin recht gegeben was tiefgreifende auswirkungen auf die grundrechte hat und die rechtspraxis in ähnlichen fällen in zukunft stark beeinflussen könnte zum tieferen verständnis des falls und seiner auswirkungen ist es wichtig die umstände und argumentationsweisen beider parteien zu betrachten die genaue akteneinsicht gewährt der bundesgerichtshof jedoch nicht dennoch kann aus dem urteil und der veröffentlichten pressemitteilung bgh urteil vom 11 04 2024 adzeitserz vzr 202 60 eine konstruktive deutung der situation gezogen werden das verfahren die klägerin im verfahren vzr 206 23 trat mit einer beschwerde gegen den beklagten auf nachdem sie sich in ihren grundrechten eingeschränkt fühlte der genaue kontext des disputes kann aus datenschutzgründen nicht detailliert offengelegt werden es genügt jedoch zu betonen dass die beschwerden eine parität von grundrechten betreffen die nun durch den bgh neu bewertet wurden die entscheidung des gerichts am 11 april 2024 kam das gericht mit einem urteil dass die klägerin begünstigte und somit ein neues licht auf die debatte warf der bundesgerichtshof stellte fest dass die rechte der klägerin tatsächlich verletzt wurden und dass der beklagte diesbezüglich ordnungsgemäß belangt werden soll die auswirkungen des urteils die folgen dieses urteils sind weitreichend es bedarf eines ausführlichen diskurses um die tragweite und die potenziell komplexen auswirkungen dieses urteils auf die rechtspraxis und die wahrnehmung der grundrechte in deutschland völlig zu verstehen ein präzedenzfall viele juristen sind sich einig dass der fall vzr 206 23 einen präzedenzfall darstellt der zukünftige fälle gleicher natur beeinflussen könnte die entscheidung des bundesgerichtshofs hat das potenzial wie solche fälle beurteilt werden langfristig umzuformen gerechtes urteil auf der anderen seite weckt dieses bahnbrechende urteil auch zahlreiche kontroversen kritiker an dem urteil weisen darauf hin dass die entscheidung der klägerin gegenüber begünstigend sein könnte und das bekannte juristische gleichgewicht stören könnte die reaktion der öffentlichkeit die entscheidung des bgh im fall vzr 206 23 wurde von der öffentlichkeit mit gemischten gefühlen aufgenommen einige lobten das gericht für seinen fortschrittlichen ansatz und seine mutige entscheidung während andere besorgt über die möglichen auswirkungen des urteils auf die zukunft ihrer eigenen grundrechte äußerten blick in die zukunft trotz der kontroversen rund um dieses urteil ist unbestreitbar dass es eine bemerkenswerte entwicklung in der deutschen rechtspraxis darstellt es hebt die wichtigkeit hervor die die beständige auswertung und adaption der juristischen praxis für die sicherung und umsetzung der grundrechte in deutschland hat ob das urteil vzr 206 23 zukünftig als präzedenzfall dient und ein wegbereiter für ähnliche fälle wird bleibt abzuwarten eines steht jedoch fest das urteil hat starke wellen in der deutschen rechtslandschaft ausgelöst und wird noch viel diskussionsstoff bieten verfasst von anita farke mittwoch 8 mai 2 24 danke fürs zuhören denk immer an eine möglichst nette bewertung um uns zu unterstützen